Und es geht weiter bei Meet Mercedes mit einem Smart, und zwar dem neuen Smart EQ 4.4. Ihr seht es auch hier schon direkt, Optik hat sich doch einiges geändert, insbesondere der Grill. Das ist hier die A-Shape, es gibt noch eine V-Shape, wo genau die steckt, schauen wir gleich. Und ich glaube, man erkennt es auf den ersten Blick, es ist quasi ein Facelift, insbesondere hier mit der Schürze, wo man übrigens durchfassen kann, also es hat quasi auch wieder einen aerodynamischen Effekt. Neuerung Nummer 1, Scheinwerfer. Es geht allerdings nicht mit diesen los, die ihr seht, das sind die optionalen Voll-LED-Scheinwerfer. Das heißt, bisher hatten wir nur diese Tagfahrlichtsignatur in LED und H4-Halogenbirnen. Jetzt gibt es endlich wieder richtige Voll-LED-Scheinwerfer. Dann werden wir von außen nochmal drum herum gehen, gibt es neue Lackierungen, es gibt auch neue Felgen. Und da vorne steht schon drauf, EQ, heißt das Ganze ist nur noch elektrisch. Der Verbrenner ist quasi raus, aber was die Elektrotechnik angeht, die ist genauso wie auch zuvor. Das heißt, wir haben den 60 kW-E-Motor mit einer 17 kWh-Batterie und laut Nefts kommt er dann 159 km weit. Und auch hier gibt es dann wieder optional den AC-Lader mit bis zu 22 kW. Und wir haben auch eine Neuerung innen, allerdings ist die so neu, dass sie leider noch gar nicht funktioniert. Also das ist quasi ein Mock-up vom neuen Infotainment, das im kommenden Jahr dann hoffentlich verfügbar wird. Wenn wir in ein anderes Modell reinschauen, da werden wir sehen, es gibt noch das Infotainment, wie es quasi bisher war. Und das ist dann auch wirklich das neue Infotainment, das dann nicht nur Mirolink kann, sondern auch Apple CarPlay und Android Auto. Allerdings auch auf die eigene Navigation verzichtet. Und eine Überarbeitung wäre ja auch nicht komplett ohne neue Rückleuchten, die hier in diesem Fall in LED-Technik sind. Das heißt, ein, zwei, drei Rückleuchten inklusive Blinker. Es gibt keine genauen Infos darüber und es kann auch keiner keine definitive Info geben, aber höchstwahrscheinlich sieht es in der Serie etwas anders aus. Und jetzt komme ich nochmal zum Abschluss zu der anderen Grillform. Die findet sich hier am 4-2, das heißt, der 4-4 hat die A-Form am Grill und der 4-2 hat diese V-Shape am Grill. Und ganz nett, für alle, die sagen, der Smart ist nicht sportlich genug, gibt es hier noch eine passende kleine Lippe für vorne. Und ganz nett, für alle, die sagen, der Smart ist nicht sportlich genug, gibt es hier noch eine passende kleine Lippe für vorne.